Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen eine kleine Schilligang-Tour. Heute und zwar das Modell 24985-24985 als Sofa-Gruppe mit Sessel in Q2-Stoff Dark Blue. Das ist eine Garnentour, wo man richtig gut sitzt. Ein relativ kurzer Sitz mit etwas mehr Sitzhöhe und ordentlicher Rückenhöhe für Schulterunterstützung. Eine Sitzgarnitur, ideal für Best-Ager, wirkt sehr filigran, schmale Armlehne, sehr schön ausgeformt hier mit dem eingenähten Kissen, alles fest und macht einen sehr, sehr, sehr soliden Eindruck. Sie haben die Möglichkeit, hier sind Taschen eingenäht, auch noch Kopfstützen einzustecken, dann haben Sie echt den Hochlinken vor. Und der Q2-Stoff fühlt sich an wie ein Naturstoff, ist es aber nicht. Das ist eine Kunstfaser, Pflegeleit, kriegen Sie alles raus, auch den Schmutz der Enkelkinder, die Garnitur. Ist also wirklich was für Leute, die ein bisschen Platz haben, weil die Sofa sind recht groß und die aber was Graziles, Feines wollen, wo man richtig gut drin sitzen kann. Nachteil, wie immer bei Schelig, hoher Preis, Nachteil, großer Platzbedarf, große Sitzeinheiten und dritter Nachteil, fällt mir nicht ein. Okay, Advertising, bei profischnapp.de gibt es gerade ein absolutes Schnäppchen, nämlich dieses hier zu kaufen, als 3-Sitzer, 2-Sitzer-Sessel, das Hausmessestück dieser Garnitur, Kopfstützen extra. Kommen Sie nach Empfingen zum Anschauen, zum Probesitzen oder machen Sie klick, 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 im Internet, würde mich freuen. Okay, danke schön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.